Hallo zusammen. Religion und Wissenschaft, die beiden haben kein besonders einfaches Verhältnis zueinander und liegen schon seit einigen Jahrhunderten oder vielleicht sogar noch länger miteinander im Kriegszustand oder vielleicht auch nicht. In der Gegenwart ist das mehr präsent als jemals zuvor. Denken Sie an Debatten um Kreationismus und Evolutionstheorie, aber denken Sie auch an historische Vorbilder von Konflikten zwischen Religion und Wissenschaft, wie etwa den Streit um das heliozentrische Weltbild mit Gestalten wie Kopernikus und Galiläe, gegen die sich die Kirche lange Zeit sehr stark gewehrt hat. Religion und Wissenschaft kommen also anscheinend nicht besonders gut miteinander klar. Aber warum eigentlich nicht? Wo ist denn das Problem zwischen den beiden? Das ist das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen und schauen wir uns dazu einfach mal ein ganz interessantes Beispiel an, wie ein solcher Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft entstehen und aussehen könnte. Wir lesen mal gemeinsam ein Stück aus der Bibel. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Auszeichnung war die erste. Damals war Quirinius Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und so weiter. Wahrscheinlich haben sie das erkannt. Das ist die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Ein Text oder vielleicht der bekannteste Text überhaupt aus dem Neuen Testament. Selbst wenn man nicht allzu viel mit dem Christentum am Hut hat, ist man vielleicht schon das ein oder andere Mal über dieses Stück gestolpert. Nun, warum ist das jetzt problematisch? Es gibt seit einigen Jahrhunderten schon eine kritische Bibelforschung. Also eine Forschung, die die Bibel als einen historischen Text betrachtet und versucht, dessen Entstehungsgeschichte, dessen Quellen, dessen Einflüsse usw. herauszufinden. Also sie betrachtet die Bibel mit den Methoden, wie sie die klassische Philologie und die anderen Philologien entwickelt haben, um historische Texte zu analysieren. Sie versucht also eine historisch-kritische Analyse der Hintergründe und der Entstehung der Bibel. Und wenn wir nach mindestens mal zwei Jahrhunderten bibelkritischer Forschung auf diese Stelle blicken, müssen wir sagen, das ist ein vollkommen absurdes Gemisch aus Fakten und Fiktionen und es ist absolut unmöglich, dass die Geschichte in der Form, in der sie hier geschrieben worden ist, auch nur annähernd wahr sein könnte. Das fängt damit an, dass Jesus laut dieser Geschichte in Bethlehem geboren wird. Wieso eigentlich in Bethlehem? Bethlehem, das ist in der Nähe von Jerusalem. Und eigentlich stammt Jesus ja aus Galiläa, ganz im Norden, aus Nazareth. Die Bibel berichtet, dass er dort aufgewachsen ist und dass er angefangen hat mit seinen Wirken dort in dieser Gegend und gerade eben nicht in Bethlehem. Also wie kommt es denn, dass er in Bethlehem geboren wird, wenn er noch ganz woanders herstammt? Ja, Lukas hat auch darauf eine Antwort, das ist wegen dieser Volkszählung. Wegen der Volkszählung mussten die Eltern nach Bethlehem gehen, denn sie stammten ja aus dem Hause Davids, also aus dieser ethnischen Linie, die aus Bethlehem stammt. Aber das macht auf mehreren Ebenen überhaupt keinen Sinn. Judäa war in dieser Zeit eine römische Provinz, das wissen wir, und die Römer waren in Sachen der öffentlichen Verwaltung relativ vernünftige und pragmatische Leute. Warum um alles in der Welt sollten sie auf die Idee kommen, die komplette Bevölkerung einer Provinz durch die Gegend zu schicken, nur um sie zu zählen? Auch die Römer hatten schon Beamte für sowas und sie wählten für eine Volkszählung die pragmatischere Lösung, einfach die Beamten hin und her zu schicken und die die Leute zählen zu lassen, als die ganze Bevölkerung einer Provinz auf eine Massenmigration zu schicken. Diese Volkszählung hat es übrigens tatsächlich gegeben, auch unter dem Stadthalter Quirinius, der hier in dem Text genannt wird. Das wissen wir aus anderen römischen Quellen. Bloß, dummerweise war dieser Quirinius erst ab dem Jahr 6 nach Christus Stadthalter in Syrien. Und diese Volkszählung wird noch ein paar Jahre später erfolgt sein. Also Schätzungen aus der Geschichtswissenschaft gehen so von dem Jahr 8 nach Christus aus. Was irgendwie seltsam ist, denn eigentlich sollte da Jesus schon längst geboren sein. Es gibt noch eine andere Variante dieser Geburtsgeschichte im Neuen Testament, nämlich im Matthäusevangelium. Da wird überhaupt keine Volkszählung erwähnt. Und Josef und Maria leben auch schon in Bethlehem, fliehen aber dann vor dem bösen jüdischen König Herodes, der von der Konkurrenz durch den Neugeborenen Jesus erfahren hat und deswegen alle Kinder in Bethlehem töten lässt. Sie fliehen und lassen sich am Ende dann in Nazareth nieder. Von Herodes ist jetzt bei Lukas hingegen wieder überhaupt keine Rede. Der wird bei Matthäus als der König von Judäa erwähnt, aber dummerweise ist dieser König Herodes bereits im Jahr 4 vor Christus gestorben. Außerdem dieser Kindermord, was soll das denn jetzt wieder sein? Also man dürfte davon ausgehen, dass ein Kindermord in diesem Ausmaß selbst für antike Maßstäbe eine ziemlich ungewöhnliche Angelegenheit ist und eigentlich auch von anderen Quellen dann vielleicht berichtet werden sollte. Und wir sind relativ gut sogar unterrichtet über das Leben dieses König Herodes aus anderen griechisch-römischen Quellen. Und da taucht dieser Kindermord nirgends auf. Könnte es sein, dass es sich da um eine Fiktion handelt? Es spricht einiges dafür, zumal wenn man weiß, dass dieser König Herodes eigentlich ein relativ vernünftiger Typ gewesen ist, der sich ganz gut verdient gemacht hat um die Weiterentwicklung dieses damals relativ rückständigen Landes Judäa und dessen Integration in das Römische Reich. Also was soll das Ganze? Nun der Sinn dieser Geschichte, den Jesus auf irgendeine Art und Weise und sei sie noch so absurd nach Bethlehem zu verfrachten, ist relativ klar. Jesus soll aus Bethlehem kommen, damit er aus dem Hause Davids ist, wie es in der Bibel so heißt. Also damit er Anspruch erheben kann auf eine jüdische Königswürde. Dahinter steckt so dieser frühchristliche, noch vom Judentum geprägte jüdische Messianismus, dass Jesus der Messias der Juden sein sollte. Und der muss natürlich aus dem Hause David sein und nicht aus irgendeinem galiläischen Bergdorf irgendwo am Rand der zivilisierten Welt. Aber diese ganzen Angaben, die wir jetzt hier haben in der Bibel bei Lukas und bei Matthäus sind miteinander absolut unvereinbar und auch in sich selbst schon absurd. Objektiv gesehen ist die ganze Geschichte über die Geburt Jesu, von wem auch immer sie erzählt wird, also vollkommen unglaubwürdig. Aber Christinnen und Christen betrachten natürlich die biblischen Texte als göttlich inspirierte Offenbarungen. Sowohl die religiöse Sichtweise als auch die historisch-kritisch-wissenschaftliche Sichtweise erheben damit den Anspruch darauf, die Wahrheit zu verkünden, also zu sagen, wie es sich wirklich verhält. Und da liegt jetzt der Kern des Problems. Da liegt der Kern des Problems zwischen Wissenschaft und Religion. Wie sind denn diese beiden Ansprüche miteinander vereinbar? Wie sind die Wahrheitsansprüche von Religion und Wissenschaft miteinander vereinbar, die auf der Oberfläche absolut unvereinbar erscheinen? Nun, über dieses Verhältnis von Religion und Wissenschaft gibt es eine ganz interessante Untersuchung von dem amerikanischen Wissenschaftstheoretiker und Theologen Ian Barber. Und der hat in den 90er Jahren ein sehr bekanntes und einflussreiches Buch geschrieben, das heißt Religion in an Age of Science und hat da vier Modelle herausgearbeitet, wie das Verhältnis von Religion und Wissenschaft aussehen könnte. Diese Modelle sind erstens der Konflikt, zweitens die Unabhängigkeit, drittens Dialog, viertens Integration. Die meisten Einführungen und Darstellungen reduzieren diese Anzahl in der Folge auf drei, indem sie die letzten beiden Dialog- und Integrationen etwas Eigenes zusammenfassen. Und ja, diesem Modell will ich hier jetzt auch folgen. Nun, schauen wir uns jetzt mal diese Optionen der Reihe nach an. Fangen wir an mit dem Modell Nummer eins, das Konfliktmodell. Das ist vielleicht das bekannteste und das, das uns am ehesten in den Sinn kommt, wenn wir über das Verhältnis von Religion und Wissenschaft nachdenken. Religion und Wissenschaft widersprechen sich, sagt das Konfliktmodell. Sie machen unvereinbare Aussagen über die Realität. Das heißt, nur eine von beiden Sichtweisen kann die richtige sein. Der Ursprung dieses Konflikts, also dieses zwangsläufigen Konfliktes zwischen Religion und Wissenschaft, der liegt in den, sagen wir mal, philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der Wissenschaft. Zum einen ist das der Naturalismus. Naturalismus kann auf verschiedene Arten und Weisen verstanden werden. Und jetzt wird das Verständnis von Wissenschaft sind es besonders zwei Interpretationen von Naturalismus, die hier relevant sind. Das eine ist der metaphysische Naturalismus. Das bedeutet, es gibt nur natürliche Entitäten. Und das andere ist der methodische Naturalismus, der sagt, wir dürfen nur natürliche Entitäten für Erklärungen heranziehen. Also alle Erklärungen können nur natürliche Entitäten involvieren. Dieser Naturalismus ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methode. Er schließt damit alles aus, was wissenschaftlich nicht erklärbar wird. Also er grenzt damit den Bereich der Wissenschaft quasi ab. Das andere, die andere wichtige philosophische Voraussetzung der Wissenschaft ist der Evidentialismus. Das kennen Sie schon längst, nicht wahr? Also Evidentialismus, haben wir lang und breit drüber geredet, sagt, es darf nur das geglaubt werden, was auch rational begründbar ist. Verbindet man die beiden miteinander, also verbindet man Evidentialismus und methodischen Naturalismus miteinander, dann heißt das, nur eine natürliche Erklärung kann die hinreichenden Gründe liefern, die wir brauchen, um etwas glauben zu dürfen. Also wir dürfen nur dann etwas glauben, wenn es hinreichend durch natürliche Erklärungen begründet ist. Das heißt, wir brauchen Sinneserfahrung oder die komplexere Form der Sinneserfahrung, die wissenschaftlich-methodische Empirie. Und das schließt dann natürlich Religion aus, denn das kann Religion nicht leisten. Sie kann diesem Anspruch niemals genügen. Damit ist der Konflikt unvermeidlich. Aber dieses Modell, also dieses Konfliktmodell oder die Voraussetzungen, auf denen dieses Konfliktmodell beruht, die haben so ihre eigenen Schwierigkeiten. Das Problem dieser Sichtweise ist nämlich, das ist selbst keine wissenschaftliche Theorie. Also wer behauptet, dass nur natürliche Entitäten Erklärungen sein dürfen und dass nur hinreichende Begründungen durch natürliche Erklärungen zulässig sind, der stellt keine wissenschaftliche Theorie auf, sondern eine philosophische Voraussetzung darüber, was wissenschaftliche Theorien eigentlich sind. Diese Voraussetzung selbst kann ja nicht durch Experimente oder durch Sinneserfahrung oder sonst irgendwas begründet oder nachgewiesen werden. Und sie ist auch nicht analytisch wahr oder selbstverständlich. Das heißt, wenn man ein solches naturalistisches, wissenschaftliches, vielleicht sogar scientistisches Weltbild vertritt, dann enthält dieses Weltbild notwendigerweise unwissenschaftliche Voraussetzungen. Voraussetzungen, die nicht durch die Wissenschaft selbst eingelöst werden können. Streng genommen, müsste man sagen, widerspricht es sich damit selbst. Aber wenn das so ist, also wenn die Wissenschaft auf etwas Vorwissenschaftlichem oder Nichtwissenschaftlichem aufbaut, warum nimmt sie dann gerade die Voraussetzungen an, die sie annimmt? Könnte man dann an der Stelle nicht auch einfach religiöse Überzeugungen als Voraussetzungen annehmen? Also, es sieht so aus, als wäre dieses Konfliktmodell kritisch deswegen, weil die Wissenschaft stärkere Voraussetzungen macht, als sie aus sich selbst einlösen kann. Wie sieht es denn dann mit der Alternative aus? Wie sieht es aus mit Modell Nummer zwei, das Unabhängigkeitsmodell? Dieses Unabhängigkeitsmodell besagt, Religion und Wissenschaft widersprechen einander nicht, weil sie eben gar nicht über das Gleiche sprechen. Also, die Dinge, von denen beide handeln, sind nicht identisch. Das kann jetzt auf zwei Arten verstanden werden. Also, einerseits kann man damit meinen, Religion und Wissenschaft sprechen über unterschiedliche Gegenstände oder unterschiedliche Themengebiete, wenn Sie so wollen. Zum Beispiel könnte man sagen, ja, die Wissenschaft befasst sich mit der natürlichen Realität oder der empirischen Realität und im Gegenzug befasst sich die Religion mit der übernatürlichen Realität. Oder die andere Interpretation wäre, Religion und Wissenschaft haben zwar die gleichen Gegenstände, also Handeln von den gleichen Dingen, aber unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Ziele oder vielleicht auch unterschiedliche Interessen und Zugangsweisen zu diesen gleichen Gegenständen. Die erste Variante ist relativ problematisch und wird eigentlich nicht wirklich oft vertreten. Denn, simple Frage, wo verläuft denn eigentlich die Grenze zwischen natürlich und übernatürlich? Also, nehmen Sie so etwas wie, es gibt eine unsterbliche Seele. Ist das jetzt eine natürliche oder eine übernatürliche Tatsache? Und wie würde eine Theorie der Seele aussehen, die natürlich wäre? Und worin unterscheidet sie sich von einer Theorie der Seele, die übernatürlich wäre? Also, das ist gar nicht so ohne weiteres klar, was eigentlich diese Grenzziehung zwischen natürlich und übernatürlich bedeuten soll. Außerdem, Wissenschaft schließt ja per se von ihrem Selbstverständnis her bereits die Existenz des Übernatürlichen aus. Also, allein das wäre schon Grund genug für einen Konflikt, dass man diese Grenze zieht zwischen natürlich und übernatürlich. Denn wenn man diese Grenze zieht, sagt man ja, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Aber die Wissenschaft sagt, nein, es gibt nur das eine. Das heißt, ob man auf diese Art und Weise zu einem Unabhängigkeitsmodell kommt, ist doch stark bezweifelbar. Die zweite Variante ist die interessantere. Also, die zweite Variante, nach der Religion und Wissenschaft die gleichen Themen behandeln, nur auf unterschiedliche Weise. Besonders bekannt ist sie in der Form der sogenannten NOMA-Theorie von Evolutionstheoretiker Stephen J. Gould. NOMA steht als Akronym für Non-Overlapping Magisteria, also sich nicht überschneidende Lehrgebiete, könnte man sagen. Die Idee ist hier, Religion und Wissenschaft schneiden sich nicht. Also, das heißt, sie behandeln nicht das gleiche Themenfeld. Sie behandelt zwar die gleichen Gegenstände, aber mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Die Wissenschaft behandelt Fragen der empirischen Realität. Sie fragt zum Beispiel, was existiert, woraus ist das Universum beschaffen und so weiter und so fort. Die Religion hingegen behandelt Fragen von Sinn und Wert. Also, was ist wichtig und wertvoll im Leben beispielsweise. Die beiden können sie also durchaus auf den gleichen Gegenstand beziehen, aber sie haben eine unterschiedliche Herangehensweise an diesen Gegenstand. Machen wir es uns an einem Beispiel klar. Zum Beispiel eben der Tod. Die Wissenschaft fragt dann sowas wie, welche Ereignisse im Körper führen beispielsweise zum Tod eines Menschen. Welche medizinischen Eingriffe können einen bevorstehenden Tod des Körpers abwenden? Wie kann der Sterbeprozess erleichtert werden? Und so weiter und so fort. Das wären wissenschaftliche Fragen zum Phänomen des Todes. Religiöse Fragen oder religiöse Einstellungen zum Tod würden hingegen sich um solche Fragen drehen, wie ja, was ist die Bedeutung des Todes für das menschliche Leben? Wie sollen wir mit dem Tod eines Menschen umgehen? Wie sollen wir uns zum eigenen Tod verhalten? Und so weiter und so fort. So, funktioniert das? Das funktioniert nur dann, wenn beide sich tatsächlich nicht berühren, also wenn Religion und Wissenschaft tatsächlich nicht miteinander interagieren. Aber Religionen machen sehr wohl Aussagen über Tatsachen, die eigentlich ja der Wissenschaft vorbehalten sein sollen. Also zum Beispiel lehrt das Christentum, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist prinzipiell eine empirisch-historische Behauptung. Das kann man empirisch-historisch, vielleicht sogar naturwissenschaftlich überprüfen, ob das tatsächlich passiert ist. Oder viele theistische Religionen lehren auch, dass das Universum von Gott geschaffen worden ist. Also auch das wäre eine Aussage, die prinzipiell Tatsachen betrifft. Tatsachen der Astrophysik oder der Kosmologie oder dergleichen. Und in die andere Richtung funktioniert es halt auch. Wissenschaft betrifft nicht immer nur Reihenfragen der Tatsachen, sondern eben auch Fragen von Wert und Sinn. Also denken Sie an die Frage, was sind die mentalen Zustände von Tieren? Also welche kognitiven Kapazitäten haben Tiere? Das ist erstmal natürlich eine wissenschaftliche Frage der Biologie, der Neurophysiologie, der Verhaltensforschung usw. Aber die Ergebnisse dieser Frage haben selbstverständlich auch eine moralische Bedeutung für unseren Umgang mit Tieren. Und je nachdem, wie die wissenschaftliche Frage ausfällt, wird unsere Bewertung auch anders ausfallen. Sieht also so aus, als könnten Religion und Wissenschaft nach diesem Modell trotzdem nicht die Finger voneinander lassen und müssen immer wechselseitig in ihre gegenüberliegenden Lehrgebiete eingreifen. Das dritte Modell, das ist jetzt das Dialogmodell. Das ist wahrscheinlich das Aussichtsreichste der drei, aber trotzdem bleiben auch hier so ein paar Probleme bestehen. Nach diesem Modell sieht es nämlich so aus, dass Religion und Wissenschaft gemeinsam in ein einheitliches Weltbild integriert werden können. Das heißt, Religion und Wissenschaft betreffen zwar grundsätzlich die gleichen Gegenstandsbereiche, also können sich nicht aus dem Weg gehen, aber sie müssen nicht zwangsläufig immer miteinander in Konflikt geraten. Natürlich, das Potenzial für Konflikt besteht immer, aber es besteht keine Notwendigkeit, dass es zum Konflikt kommt, denn diese Konflikte sind prinzipiell lösbar. Das ist der Unterschied zum Konfliktmodell. Das Konfliktmodell sagt, es muss immer zu einem Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft kommen, weil die beiden eben von Voraussetzungen ausgehen, die miteinander unvereinbar sind. Deswegen werden sie immer gegeneinander anrennen. Das Dialog- oder Integrationsmodell, das sagt jetzt, die beiden werden sich zwar kabbeln über das gleiche Thema, aber es besteht prinzipiell immer die Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen. Wenn Konflikte auftreten, dann müssen wir eben abwägen, welche Argumente stärker sind. Aber beide, Religion und Wissenschaft, stehen auf dem gemeinsamen Boden eines vernünftigen Weltbildes. Idealtypisch wird dieses Modell des Dialogs im Projekt der natürlichen Religion realisiert. Also Sie kennen den Begriff der natürlichen Religion vielleicht im Zusammenhang mit der Philosophie der Aufklärung. Das ist der Gedanke, dass man eben nur das als religiöse Überzeugung akzeptieren sollte, was aus der Vernunft und der rationalen Beobachtung der Wirklichkeit geschlossen werden kann. Also Offenbarungen, im Sinne von auch biblische Offenbarungen, sind damit ausgeschlossen. In Zeiten der Aufklärung im, sagen wir mal, 18. Jahrhundert oder so, war das ein ziemlich radikales Projekt, weil es eben die Absage an jede traditionelle Offenbarungsreligion beinhaltete. Religion muss einzig und allein das sein, was sich durch Vernunft und quasi wissenschaftliche Forschung als religiös bestätigen lässt. Zum Beispiel könnte man dann schließen, aus der Existenz eines Universums, in dem es Leben gibt und sowas, dass es einen intelligenten, einen machtvollen und gutwilligen Schöpfer dieses Universums und des Lebens gegeben haben muss. Wenn Sie eine exemplarische Darstellung dieser natürlichen Religion haben wollen und der Kritik daran, dann lesen Sie David Humes Dialoge über natürliche Religion. Da finden Sie in der Gestalt des Kleantes den Verfechter dieser natürlichen Religion und in der Gestalt des Philo den Kritiker. Also das ist die vielleicht schönste und lesenswerteste Darstellung dieses Projekts und seiner Probleme, die Sie finden können in der Philosophie der Aufklärung. Heißt also, natürliche Religion, die Wissenschaft und die Vernunft liefern uns das Datenmaterial, aus dem religiöse Konsequenzen gezogen werden können. So gehen beide, Religion und Wissenschaft, quasi miteinander Hand in Hand. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich das plausibelste Modell. Aber es muss sich dann letzten Endes noch zeigen, ob wirklich ein Unterschied besteht zum Konfliktmodell. Oder ist es nicht einfach so, dass Religion immer verliert? Natürliche Religion als das Projekt der Aufklärung hat sich nicht durchsetzen können. Dieses Ding ist irgendwann im 19. Jahrhundert einfach gescheitert. Und in der Gegenwart wird das auch nicht so intensiv, sagen wir mal, weiterverfolgt, auch wenn es noch so seine Verfechter hat. Könnte das nicht ein Indiz dafür sein, dass das Dialogmodell in Wirklichkeit nur eine höflichere Umschreibung des Konfliktmodells ist? Ein interessantes Beispiel dafür, also für diesen philosophischen Umgang mit den Konflikten und worauf das dann am Ende hinausläuft, das finden wir wieder mal bei David Hume, jetzt aber in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand im Kapitel über Wunder. Da stellt er sich die Frage, gibt es das eigentlich? Gibt es Wunder? Das heißt, gibt es Verletzungen der Naturgesetze durch einen Eingriff Gottes? Das ist so ein klassischer Konfliktfall. Die Wissenschaft sagt, Naturgesetze gelten absolut. Es kann keine Ausnahmen geben, es kann nichts geben, was mit den Naturgesetzen unvereinbar ist. Aber die Religion berichtet, dass genau solche Dinge passiert sind. Zum Beispiel, dass Menschen von den Toten auferstanden sind oder das Wasser in Wein verwandelt wurde oder, oder, oder. Und Hume fragt jetzt, wann darf ich das eigentlich glauben? Wann darf ich an ein Wunder glauben? Und er antwortet, nie. Warum nicht? Schauen wir uns mal ein Stück aus diesem Kapitel über Wunder an. Da schreibt Hume, Warum ist es mehr als wahrscheinlich, dass alle Menschen sterben müssen, dass Blei nicht von selbst in der Luft schweben bleibt, dass Feuerholz verzehrt und von Wasser gelöscht wird. Doch nur, weil diese Ereignisse mit den Naturgesetzen im Einklang befunden worden sind und es, um sie zu verhüten, einer Verletzung dieser Gesetze oder mit anderen Worten eines Wunders bedarf. Was im gewöhnlichen Lauf der Natur jemals geschieht, das gilt nicht als Wunder. So ist es kein Wunder, wenn ein anscheinend Gesunder plötzlich stirbt, denn eine solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher als eine andere, aber doch häufig beobachtet worden. Aber das wäre ein Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte, weil das zu keiner Zeit und in keinem Lande jemals beobachtet worden ist. Es steht daher notwendig eine gleichförmige Erfahrung jedem wunderbaren Ereignis entgegen. Sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Also, wir erleben immer, dass die Natur sich konstant und gleichförmig verhält. Wir würden überhaupt nur dann von einem Wunder sprechen, würden ein Ereignis nur dann ein Wunder nennen, wenn diese Gleichförmigkeit verletzt wird. Und genau da liegt das Problem. Wenn wir uns diese Frage stellen, wann darf ich an ein Wunder glauben, dann geht es für Jung darum, was wahrscheinlicher ist. Das heißt, wir haben zwei mögliche Interpretationen eines Ereignisses. Handelt es sich um ein Wunder oder irren wir uns, wenn wir hier von einem Wunder sprechen? Also, ist es ein Wunder oder ist es ein Irrtum? Das heißt, wir haben zwei Wahrscheinlichkeiten, die miteinander verglichen werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Wunder handelt und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Irrtum handelt. Und hier, in diesem Vergleich der beiden Wahrscheinlichkeiten, wird die Wahrscheinlichkeit für das Wunder immer die kleinere bleiben. Jung schreibt weiter, Die einfache Folgerung und zugleich ein allgemeiner beachtenswerter Grundsatz lautet Kein Zeugnis reicht aus, ein Wunder festzustellen. Es müsste denn das Zeugnis von solcher Art sein, dass seine Falschheit wunderbarer wäre als die Tatsache, die es festzustellen, trachtet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Naturgesetze gebrochen werden? Also, dass ein Wunder geschieht. Das ist extrem unwahrscheinlich, denn, wie Jung vorher gesagt hat, es kommt nie vor, es wird niemals beobachtet. Was wir hingegen beobachten, ist immer eine Gleichförmigkeit der Natur und eine absolute Gültigkeit der Naturgesetze. Das heißt, wenn wir jetzt mal so das Datenmaterial zusammentragen, was uns zur Verfügung steht, dann müssen wir sagen, wir haben überwältigend viele Gründe, an die Gültigkeit der Naturgesetze zu glauben. Und wir haben praktisch nichts, um an ein Wunder zu glauben. Also kann die Wahrscheinlichkeit, dass das Wunder echt ist, gar nicht größer sein, als die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irren. Weil eben der gigantische Berg von Datenmaterial gegen das Wunder spricht und für die Gültigkeit der Naturgesetze. Es ist also immer und in jedem Fall wahrscheinlicher, dass wir uns irren, als dass wirklich ein Wunder passiert ist. Jung fährt fort. Also jede andere Erklärung, dass es ein Irrtum ist, dass es Betrug ist, Wunschdenken, eine Halluzination und so weiter und so fort. Jede andere Erklärung ist wahrscheinlicher als die, dass es ein Wunder ist. Denn all diese Dinge gibt es ja, sind schon vorgekommen. Wir kennen Fälle, in denen Leute sich geirrt haben, in denen Leute andere getäuscht haben, in denen Leute halluziniert haben und so weiter und so fort. Das alles gibt es und wir können auf unsere Erfahrung zurückgreifen, um dem eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. Aber dass die Naturgesetze gebrochen worden sind, das gibt es nicht. Das ist also extremst unwahrscheinlich. Alles das, was wir so beobachten können, an Irrtümern, Täuschungsversuchen, Halluzinationen und so weiter, das stimmt ja überein mit unserer Beobachtung von der Gleichförmigkeit der Natur. Ein Wunder wäre seiner Natur also so, seiner Natur nach so, dass es nur unwahrscheinlich sein kann, weil es eben eine Durchbrechung der sehr wahrscheinlichen Naturgesetze ist. Und daher dürfte es niemals geglaubt werden. Und das ist so eine Haltung, die auch heute noch die meisten Wissenschaftler vermutlich der Religion gegenüber annehmen. Man darf es eigentlich niemals glauben. Heißt also, wenn wir jetzt hier so einen klassischen Konfliktfall haben und den nach dem Dialogmodell zu lösen versuchen, dann sieht es eben doch so aus, als müsste hier und in den allermeisten anderen Fällen auch die Religion hinter die Wissenschaft zurücktreten. Meine Damen und Herren, Vielen Dank.